Herzlich Willkommen auf meinen Gartenkanal bei Janos Moradi bei den exotischen Pflanzen zu formen und wie es weitergeht und bei geheimischen Sachen zu formen und wie es weitergeht. Schaut in Kanalinfo, da ist Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter und ein YouTube-Kanal ist da verlinkt und schaut auf meine Homepage vorbei und schaut bei meinen Merch-Shop vorbei, schaut bei ihr vorbei und am Ende des Videos könnt ihr drei Videos andrücken und mein Logo andrücken und abonnieren. Teilt das Video mit eurer Freunde, Familie, bei Facebook, bei WhatsApp, auf Instagram, Snapchat, überall und tut den Kanal kostenlos. Abonnieren und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr keine Videos mehr und kein Lestring mehr. Heute tun wir den Weihnachtsstern umdopfen. Das zeige ich euch jetzt. So, jetzt kommt das so eine Basis Erde hinein. Aber nicht zu viel. Jetzt kommt ein bisschen von der Mutterpflanzen Erde hinein. Dann ein bisschen Erde mischen. Jetzt wird es schwierig. Jetzt kommt die Pflanze aus dem Topf hinaus, aus dem Wasserspeicher und da hinein. Da kann man die Erde jetzt ein bisschen raus. Der Riesen-Weihnachtsstern-Block passt nicht hinein. Hat sie gesehen, wie riesig. So, jetzt stoppt man da auf die Seite Erde hinein. Das ist eine Untertatsache. Das ist eine Untertatsache. Das ist eine Untertatsache. Das ist eine Untertatsache. So. Dann ein bisschen Erde mischen. Jetzt muss man nur mehr fest andrücken. und die Düngung, was wir mal aufgeschrieben haben. Dann picken wir wieder da hin. Und erstmal umdopfen. Dann picken wir auch wieder da hin. Jetzt kann man das zweite Mal umdopfen hinschreiben. Und jetzt muss man mit abgestandenes Wasser angießen. Aber nicht zu viel. So. Hier haben wir den weißen Wasserspeicher. Da kommt die Mutterpflanzen Erde hinein. Jede Menge. Ein Loch. Lochi Loch. Da kommt der Weihnachtstern angeflogen. Schau mal, wie viele Wurzeln hat der. So. Dann machen wir noch was hinein. Ich nehme die Wasser aus. Ich nehme die Wasser ab. Und dann mache ich wieder das. Und dann mache ich das an. Dann schau mal. Dann mache ich das an. Und dann schau mal. So. Das Bauer, fast ist er ausgekommen. Das darf ich nicht zulassen. Wenn wir mal hier festdrücken, reindrücken, da kommt schon noch was Erde dazu. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So. Passt so. So, jetzt haben wir den Wasserhimmel. Bis zum nächsten Mal. Bisschen noch. Jetzt kommt der Topf mit der Schnüre hinein. Jetzt ist schon ein bisschen mehr. Jetzt gießen wir die Pflanze noch an. Normalerweise holt die Pflanze das Wasser eh ab. Rauf gezogen. Aber trotzdem dann mal angießen. So. Jetzt bin ich fertig mit dem Topfen. Mit dem Weihnachtsstern. Und jetzt wenig gießen. Einmal in der Woche gießen. Und den nicht gießen. Er hat den weißen Wasserspeicher. So. Tschüss Leute. Abonniert meinen Kanal. Daumen hoch. Schaut es in die Videobeschreibung. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Schaut es Kanalinfo. Schaut es bei ihr vorbei. Und am Ende des Videos kannst du drei Videos andrücken. Und mein Logo andrücken. Und abonnieren. Teilt das Video mit euren Freunden, Familie. Bei Facebook, bei Whatsapp, auf Instagram, auf Snapchat. Überall und tut es den Kanal kostenlos abonnieren. Und aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr keine Videos mehr. Und kein Playtime mehr. Bis zum nächsten Video. Der Gärtner Janus Moratti. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao 들어가. Ups. Top 3 Untertitelung des ZDF, 2020